Ich bin gestern dieses mega geile Model Y Long Range 100 Kilometer am Stück auf der Autobahn gefahren, um seinen tatsächlichen Verbrauch zu testen. Aber bevor es losgeht, natürlich diesen Fatboy richtig benennen. Also wie ihr hier sehen könnt, bin ich mit 83% Akku oder 437 Kilometer Reichweite losgefahren und das Y wurde ja davor frisch aufgeladen. Jetzt nur noch die Beschleunigung und den Lenkmodus gescheit einstellen und dann ging es um 16.10 Uhr gleich auf die Autobahn los. Während diesen 100 gefahrenen Kilometer war meine Geschwindigkeit im Bereich zwischen 125 und 140 Kilometer pro Stunde. Als ich um 17.50 Uhr wieder zurück war, hatte ich noch volle 322 Kilometer oder 61% Akku drin. Somit habe ich auf einer 100 Kilometer Fahrt haargenau 115 Kilometer Reichweite verbraucht. Mega gut!